Hallo, ich bin Thomas Friebe, Sprecher, Coach und Autor des Programms in 5 Schritten zu einem sicheren Auftritt und Co-Autor des Bestsellers Transform von und mit Brian Tracy. Ich bin neulich im Auto gefahren und da kam mir eine Idee, die ich nicht vergessen wollte. Es ging um ein Buch, das ich zu Hause hatte und das ich am nächsten Tag für einen Freund rauslegen wollte. Also rief ich bei mir zu Hause an und da keiner da war, sprang der Anrufbeantworter an. Ich hinterließe eine Nachricht, so nach dem Motto Hallöchen, ich wollte mich nur daran erinnern, dass ich morgen das neue Buch von, ich glaube es war Arianna Huffington, für den Markus mitnehmen muss. Naja, ganz ehrlich dachte ich zumindest, dass ich das gesagt hätte, denn als ich zu Hause ankam, hörte sich das etwa so an. Arianna Huffington, Markus war Bumenim. Ich war echt geschockt. Oh Gott, zum Glück hatte das keiner gehört. Und als ich neulich mit einem Freund gesprochen habe, dann sagte der nämlich was ähnliches, dass er auch oft von anderen hört, dass er sehr undeutlich spreche, nuscheln würde und einfach schlecht zu verstehen wäre. Und ich habe mich gefragt, okay, woran liegt es eigentlich, wenn man nuschelt oder schlecht zu verstehen ist oder undeutlich spricht? Ich glaube, es sind drei Hauptfaktoren. Wir haben entweder oder zum einen ein niedriges Energieniveau, sind vielleicht müde oder abgespannt. Dazu würde natürlich auch gehören, dass wir vielleicht auch unkonzentriert sind oder es uns vielleicht einfach egal ist. So wie mir, glaube ich, als ich im Auto saß und auf den Anrufbeantworter gesprochen habe. Oder wir sind unsicher. Und dazu gehören natürlich auch Schüchternheit als zweites oder auch falsche Zurückhaltung. Das wäre der dritte Punkt. Das wollen wir natürlich nicht. Denn andere interpretieren unser Nuscheln oder undeutlich sprechen oft als unaufmerksam, unpräzise und geben uns dann schnell innerlich den Stempel, ach, der ist aber schludrig. Der lässt es schleifen. Der ist nicht akkurat. Denn wenn der schon nicht sauber und deutlich spricht, dann arbeitet der bestimmt auch nicht ganz sauber und akkurat. Und dadurch schätzen sie natürlich ihr nuschelndes Gegenüber unbewusst als weniger verlässlich ein und im schlimmsten Fall sogar als unehrlich. Denn denken wir mal an Formulierungen wie Der will mit der Wahrheit nicht rausrücken oder Der hält was zurück. Und das wollen wir ja eigentlich auf gar keinen Fall. Also, was können wir tun? Und das ist noch ein Punkt. Dieses Zurückhalten äußert sich oft auch darin, dass die Menschen ständig beim Sprechen ihre Hände an den Mund legen. Was passiert da? Ja, sie halten etwas zurück. Klar, das ist meistens aus Unsicherheit. Aber dieses Zeichen kann bei anderen ganz anders ankommen. Und dessen müssen wir uns zunächst bewusst werden. Also, wie kommen wir aus der Nuschelfalle? In erster Linie, indem wir uns zunächst mal bewusst werden und bewusst machen, warum wir undeutlich sprechen oder in welchen Situationen. Weil meistens sind es ganz konkrete Anlässe, bei denen uns das immer wieder passiert und wir in diesen, da zurückfallen, dieses undeutliche Nuscheln. Wenn du ganz genau weißt, wo es passiert, dann kannst du auch dagegen steuern. Und am einfachsten steuerst du als erstes dagegen durch deine Körperhaltung. Wer nuschelt und undeutlich spricht, ist oft auch in seiner Körperhaltung etwas eingefallen. Denn das bedingt sich wiederum. Gerade stehen und die Brust raus bewirkt sofort eine Veränderung unserer Haltung. Und zwar unserer inneren, aber auch der äußeren Haltung. Der zweite Punkt, durch die Atmung. Atmen wir tief in den Bauch und in die Flanken, haben wir mehr Luft für eine klare Stimme und wir können unsere Stimme und unsere Sprache in den Raum senden. Der dritte Punkt, indem wir immer wieder mal unsere Sprechwerkzeuge trainieren und eben die Mundmuskulatur stärken. Zum Beispiel mit einem solchen Korken. Ganz normal, das ist jetzt ein Sektkorken, aber es geht auch ein Weinkorken. Wir können eine Minute jeden Morgen direkt nach dem Zähneputzen zum Beispiel oder vor dem ersten Kaffee einfach mal sich ein paar Sätze erzählen. Am besten lobt ihr euch selber. Das hat dann zwei Wirkungen für euch selber und für die Sprache. Dann gibt es die Lippenflatter-Übung. Am besten nach der Korkenübung. Einfach mit den Lippen flattern. Und die fünfte Übung oder die dritte Übung, aber der fünfte Punkt, vor dem Spiegel überartikulieren. Und wenn ich das oft mit Klienten mit der Kamera mache, dann merke ich oft, dass sie sich wundern, dass das gar nicht so deutlich zu sehen ist. Denn wenn wir jetzt einmal sehr stark überartikulieren, dann wirkt das sehr stark auf uns, aber es ist gar nicht so deutlich. Probier es aus. Also nochmal in Kurzform. Haltung. Dann die Atmung. Der Korken. Die Lippenflatter-Übung. Und überartikulieren. Also, ich hoffe, du machst die Übung auch und freust dich, wenn demnächst viele Leute aus deinem Umfeld sagen, hey, du sprichst wirklich toll, klar und deutlich. Da hat sich irgendwas verändert. Und zum Schluss noch eine kleine Worträtselfrage. Was liegt am Strand und ist schlecht zu verstehen? Eine Nuschel. Ja, ich liebe diese Wortwitzchen, die Wortspielwitzchen. Es gibt noch so viele mehr, aber der passt da heute wirklich gut. Also, ob du am Strand oder im Büro oder zu Hause, ab jetzt wird deutlich gesprochen. Schreibe mir doch hier einen Kommentar, welche Tricks du kennst, um klar und deutlich zu sprechen oder welche Herausforderungen du auch in Bezug aufs Nuscheln oder undeutlich Sprechen zu meistern hast. Ich freue mich darüber. In diesem Sinne, das war gerade einer. In diesem Sinne. Also, in diesem Sinne, auf ganz bald. Dein Thomas Friebe.